Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Wir gehen nochmal schnell zurück, weil wir da noch Bates lösen wollen. Genau, aber glaube ich, dass wir die Kugel hier draufschieben müssen. Das heißt, welches können wir ausmachen, das wird das hier. Aber den hier brauchen wir erst mal. Wenn er jetzt hier steht, dann können wir die hier auch wieder ausmachen. Ach, nee, können wir nicht. Aber macht Sinn. Aber sonst geht's in die andere Richtung. Der hier kann zubleiben. Wir müssen eigentlich nur... ...den hier anmachen. ...den hier ein. ...dass wir bitte nötig haben. Wir können nochmal Y drücken. ...im Kampfgefühl. ...dass. Einfach weiter im Text. Reicht das schon? Ja, das. Reicht ja noch keinen Machtpunkt. Für es zu da. Da ist Eis, das heißt, da kann man nicht. Wir hätten jetzt hier nochmal eine Kugel. Wir hier mit an. Wow. Oh. 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 Der erste Bosskampf, oder was? Ach ne, der.. Nur wenn wir ihm näher kommen, Mann. gleich da mit der Kuh da können wir auch hoch hier drauf richtig oh guck mal kann er das hier kaputt schießen diesmal hier auf ja hey hier sind hier 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 das hier an hier 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 Ich weiß nicht ob wir da runter fallen möchten. Hier ist auch so ein Luftstrom. Das heißt, wenn ich größer gehe, dann lässt es auch nach da. Das heißt, ich muss hier ausstehen. Boah, den habe ich natürlich nicht gesehen. Hier kommt jetzt aber keine mehr gebrochen, oder? Ja, dauernd was, das sind nur die. In welche Richtung geht es jetzt hier? Wieder in die, ne? Okay. Ja, dauernd was. Ja, dauernd was. Da ist auch was davor. Ach, guck mal. Können wir vielleicht mit dem Wind da hinspringen? Ne, wenn dann vom anderen auch. Ich glaube, das war nicht. Ne, ich glaube, das war nicht. Ne, ich glaube, das war nicht. Oh! Jetzt sah es doch so aus, als wir auf mich. Ich habe ein Stim. Ich habe eine Stim. Danke. Kommt, das geht doch. Geht nicht. Okay, wir sind fast tot. Also, ich gucke jetzt erstmal nicht weiter. Hier ist noch eins. Ach. Von hier oben. Äh, von hier oben kommen wir dann. Da. Das Problem ist, hier sind die Pflanzen im Weg. Ach, und wir können speichern. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall bleiben. Ich bin auf jeden Fall. Ja, jetzt schaffen wir es. Hier ist noch einer von denen, oder ist das der gleiche? Der ist schon down. Scheiße, jetzt kommen wir nicht mehr zurück, ne? Ich wusste nicht, dass sie so einfach zu besiegen sind. Sonst hätte ich den anderen auch einfach gebildet. Ich wusste nicht, dass sie so einfach gebildet sind. Ich wusste nicht, dass sie so einfach gebildet sind. Ich wusste nicht, dass sie so einfach gebildet sind. Okay, wir sind wieder eine Art... Oh. Oh. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Das war's für euch. Die Obstacles in deinem Weg definieren die Weg. Was steht in der Weg, wird der Weg. Jetzt, versuchen es wieder. Keep your eye on the ball. Try again. Good, continue. Use the force to push the ball at the target. Push the ball before it reaches you. Faster now, complete the test. Alles klar. He comes the way. We did it. Ach, das ist klar. Das ist klar. Mein Freund, schau mal auf die Details auf dieses Park. Die Stratienste Stratien. Es kann nur ein Röscher-Tree von Kashyyyk sein. Es ist Zeit für einen alten Freund. Wenn die Zeffo hat Kontakt mit Kashyyyk, vor allem nach dem Weg. Es ist sicher, dass Chieftain Tartael das wissen. Das ist, dass Chieftain Tartel hilft diese Zeit. Schießt. Ach, du musst ihn aus. Das stimmt. Du musst ihn aus. Wernherr? Wernherr? Du hast dich in deinem Weg? Wernherr? Save? füllt sich die wieder auf Holy shit Und down he goes. Destination Alok Kashyyyk. Sind wir wieder hier. Wir haben ja noch keinen Skillpoint. Ja die schauen wir uns an. Wenn wir einen Punkt haben. Jetzt schauen wir erstmal. Mal hier noch was machen konnte. Ach guck mal kann ich den jetzt auf den. Schau dir das mal an. Ach ich dachte ich kann ihn auf ihn. Das macht überhaupt nichts aus. Aber ich dachte wir können den damit damage machen. Ja. Ah, jetzt habe ich wieder full health. Das war's. Nee, hab ich nicht. Das war's. So, die Tür hier ist offen. Hier muss ein Ball drauf. Ach, und weil der Ball da drüben ist, ist die Tür offen. Klar, und hier oben war aber auch noch Platz für ein Ball. Ja, die finden wir dann wahrscheinlich hier. Das war's. Okay. Ja. Der pushen, denke ich. Ja. Aber wie? Kriegen wir ihn jetzt da hoch? Ach. Indem wir ihn vielleicht hier drauf. Ja. Passt er da nicht durch? Hm. Oder? Hier. Die Türen haben wir hier alle. Richtig. Ja, da geht's zum Schiff zurück. Das ist mir klar. Vielleicht hier drauf. Ach. Ach. Aus. Jetzt können wir wieder hier hoch. Bringt das jetzt was? Von hier oben könnten wir den Ball da runter machen. Mal über sie. Ah. Ich glaub ich weiß was. Nämlich da hoch rollen. Weil. Ich glaube. Wenn ich jetzt mal kurz die Karte aufmache. In dem Bereich. Wo man alles gemacht hat. Ja. 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 Es ist die Tür. Ja. Von hier kamen wir am Anfang ein. Ja. 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 Ja, das ist bei 27. Ja, wir können da hochrollen, das geht nicht. Dann ist ruhig. Ach, ich glaube. Hier rein. Ja, und jetzt fliegt er nach da oben. Hier ist das gleiche, dann da. Der muss jetzt hier rein. Das fängt wo an? Ah. Ok, ok. I see you. Nice. Hä? Hat uns doch gerade eben da rüber geschleudert. Ich wollte nämlich von alleine nach da oben. Ok, wir müssen ihn anhalten. Hm? Huh? Noch ein Ball. Genau. Was ist da? Hier. Äh, ich bin doch weg. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Nee. Eisrutsche. Bringt uns dann wahrscheinlich wieder zurück, ne? Okay. Oh. Kann man nicht. Ah. Wir haben da. Ich mache das erstmal mit der Kugel, weil ich glaube, da geht es einfach wieder zurück. Ja, ich weiß, ich laufe immer hin und her, aber dadurch können wir mehr Sachen einsammeln. Ja, ja, aber was hat das jetzt gebracht? Dafür müssen wir jetzt wahrscheinlich zurück. Oh, oh, oh. What? 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 The Zefa went to Kashyyyk. Cordova mentioned someone named Tarfal. A Wookie chieftain. They were old friends. They still around. There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. My friend. This tomb is utterly fascinating. Habe ich jetzt doch was verpasst? Ich hasse uns erst, wenn man nicht weiß, wo die Story weitergeht und wo es nur Sachen zum Erkunden gibt. Karte? Ja. 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 Ich glaube, das war aber alles, weil ich glaube, es war nur eine Abkürzung, falls man noch irgendein Rätsel nicht mehr hat. Ach, wir sind geschützt durch dieses Luftding. Da haben wir uns fast alle. Na toll. Hier ist das ein par. Ja, die sind nicht mehr. Ja, hier ist es. Ja. Ja. Ich helde! Ja! Das ist ein bisschen weil ich hier. Das stimmt. Ach, das stimmt. Ich habe einen Fall mehr so far, man. bist du schon? Hä, wo ist denn der hin? Der sitzt. Der geht's nicht so gut. Ich glaube, dem geht's nicht so gut. Was können wir hier machen? Waiting longer to press attack after Kyle swings his lightsaber, allows him to form a special attack with his range. Okay. Increase the distance that Kyle can travel using dash strike, alles klar. An airborne attack that allows Kyle to push away nearby enemies when he stands along with twice skill points. Kyle can perform another powerful attack after an overhead slash. Maximum life increased. Stim canister. Automatically defects blaster bolts while he is sprinting or wall running. Er regains more force when he defeats an enemy and regains some force when he hits a blocking. Ich glaube wir machen das. Oder Maximum Force is in Christ. Die ganzen Fähigkeiten sind zwar cool, aber die bringen nichts, wenn wir nicht genug Macht haben. Da können wir hoch, da ist die eine Tür, da ist die andere Tür. Oh, die sind schnell. Ah shit, die explodieren auch. Na, ne, 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 ne. Nicht auf die Eisrutsche. Wo ist die Tür? Ah ja. Fahren wir hier schon? Ja. 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 Mantis Painter Acquire könnte eine Option sein. Ja, ich habe Armware. Da war die Tür. Wieder eine Eisrutsche. Da gibt es ja noch so viel, obwohl wir eigentlich schon den nächsten der Planeten freigeschaltet haben. Was ist das? Die andere Rutsche war da oben, ne? Ja, da sind wahrscheinlich beide da. Ich bin auch gesprungen. Ich bin auch gesprungen. Ich bin auch gesprungen. Ich habe auch was grünes. Scheiße. Ich wusste nicht, dass das ein Aufzug hat. Ich bin auch gesprungen. hier also wir doch gerade runter da war noch eine abkürzung deswegen gehe ich da noch mal eben hin ja 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 Genau, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.